Hallo Leute, Ahrensburg Alex, wie immer hier, willkommen zu meinem ersten Live-Kommentary in Call of Duty Ghosts hier auf der PS3. Nur für den Anfang, Leute, beruhigt euch, beruhigt euch, ich werde hier nicht öfters drauf zocken. Und ja, fangen wir einfach mal an, ich habe hier meine erste Soldatin gewählt. Und da habe ich mich die Vector-CBR mir ausgewählt als Startklasse. Und wollen wir doch einfach mal anfangen. Wir machen hier mal... Uh, was haben wir denn hier alles? Uh, 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 uh. Uh, zu viele Auswahltypen, Auswahlmöglichkeiten, was soll's los und so, klein, richtig klein. Machen wir Standard, machen wir dem Deathmatch, mal gucken, ob wir da was finden. Und da haben wir direkt welche. Bin ich mal gespannt, wie unser erstes Match laufen wird. Ah ja, ich freue mich ein bisschen zumindest. Dem Deathmatch auf Fright ist das, glaube ich. Ähm, ja, nicht so meine Lieblings-Map von dem, was ich bisher gesehen habe. Von dem, was ich bisher auch gezockt habe. Ich finde bisher eigentlich... Welche finde ich denn ganz gut? Ich finde Prison Break ganz gut. Das sieht ein bisschen aus wie Jungle. Und Whiteout finde ich ganz geil. So, gucken wir mal. So, synchronisieren wir mal. Sieben, sechs, fünf. Nein, sowas mache ich nicht. Sowas mache ich eigentlich nicht im Video. Das ist immer außerhalb des Videos zu sehen. Also, nicht nicht zu sehen, weil es halt außerhalb des Videos ist. Weil sowas halt nicht wirklich viel Arbeit ist, das synchronisieren. Und sowas sollte man dann noch nicht innerhalb des Videos machen. So, jetzt gucken wir mal. Ich höre schon die ersten. Erster Kill! Uh, ja! Laden wir nach. Es dauert Ewigkeiten ohne Slider-Fan. Dritter Kill. Her damit. Danke sehr! Sind wir noch zu zweit? Oh, 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 oh. Was ist die Aufgabe? Attumulate the next enemy kill. Bla, 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 bla. Was auch immer. Demütigen. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, Rangor. Private. Ah, fuck. Okay, drei Kills. Nicht Killstreaks. Mäßig so. Sind angesagt. Und wo haben wir denn unsere Gegner? Uh, 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 uh. Shit, 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 shit. Den sind welche. Messen wir den Stealth-mäßig und sowas. Messen. Nein! Ah! Wir hätten fast die Aufgabe geschafft. Der hätte mir schön erstmal ein Care-Package bekommen als Ballon. Ich, ich, das finde ich so geil an dem Spiel. Das mit den Field-Orders. So, was haben wir denn hier? Da ist die nächste, unsere nächste Field-Order. Oh, der Hund hat einen Kill gemacht. Sehr schön. Waut sie. Noah. Ich will auch ein paar Gegner haben. Wo wir uns erstmal die Field-Order da hinten ab. Oh, da war ein Gegner. Okay. Ein Explosiv-Kill. Die finde ich mir extrem schwer. Komm! Ach, shit, ich bin ja eh schon gestorben. Verdammt. Ähm. Wo sind die alle? Ah, bin ich ein bisschen zu unvorsichtig gewesen. So, gucken wir mal. Gucken wir mal lang. Wir haben kein Schalldämpfer. Das ist ein Nachteil. Wo sind denn die immer? Mann! Wir sind nur am Verrecken gerade. Komm mal hier oben rein. Vielen Dank. Hier was links. Dann haben wir schnell mal nach. Vielen Dank. So. So. Steckt hier. Kleine Biest. Wo kommt er? Wo kommt er? Wo kommt er? Komm her. Komm her. Geht doch. Kiel. Wir machen hier ein bisschen raus. Die haben uns mittlerweile bemerkt. Dass wir hier waren. Ah, da hinten sind welche. Kiel ihn doch da. Nicht rumhocken. Nichts machen. Wir machen unseren Hundi. Sind die Gegner. Da war einer. Aber er ist tot. Wie schade. Noch eine neue Field Order. Okay. Na. Oh, Mann. Äh. Und wenn ich ihm viel daraus machen möchte, dann verreck ich. Oh, fuck. Oh, fuck. Da waren viele. Da waren sehr, sehr viele. Oh, komm rein. Oh. Das war knapp. Okay. Oh, nein. Mein Hund ist tot. Mein Hund ist gestorben. Na, wo haben wir denn welche? Hier drin. Und in dem Weg kennen wir ihn auch gar nicht. Uh. So, wo haben wir denn die nächsten? Ah, nein. Da war einer. Nix da. Payback. Bitch. Bitch. Ach, das war ein Gegner. Ah. Ah. Da waren zwei schon drin. Ich hab's irgendwie geahnt. Aber ich hab nicht gewusst, wo die sind. Hier hoch, bitte. Danke sehr. Und hier rein mal wieder. Hier eben einer. Nee, das war ein eigener. Unten ist der. Und vielen Dank für die Kills. Plätzen wir das hier. Einfach. Wow. Ah. Ich dachte, das wäre der unten, der angezeigt wurde auf der Minimap. Na, egal. Hab's ja eh gleich geschafft. Und da haben wir die Game-Winning-Killcam. Ein 26 zu 9. Ja, kann man akzeptieren. Als erstes Match. Auf einer Konsole, auf der man normalerweise nicht zockt. Und da, unser erster Game-Winning-Killcam. Die Premiere. Oh yeah. Live aufgezeichnet. Und ja, ich würde sagen, das war's aber schon mit dem Video. Ich werde das ein bisschen zocken. Jetzt möchte ich ein bisschen einspielen. Und ja, ich werde euch in den laufenden Tagen natürlich wieder weitere Gameplays bringen. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr sehen möchtet. Und ich werde vielleicht drauf eingehen. Ähm, ja. Dann bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.